Netzbildreplikation in der Unreal Engine ist ein Thema, wovor sich viele fürchten, aber keine Sorge, es ist sehr, sehr leicht, denn wir haben hier zum Beispiel einen Blueprint Actor und dieses Licht leuchtet logischerweise gerade rötlich, rot-orange. Das Problem ist jetzt, ich spiele zum Beispiel mit drei weiteren Freunden und sage jetzt, dass diese Lampe zwischen drei und neun Sekunden ausgehen soll. Bei Kumpel 1 oder bei Spieler 1 wären das zum Beispiel in drei Sekunden, bei Spieler 2 wären das zum Beispiel in sechs Sekunden und bei Spieler 3 wären das in sieben Sekunden. Das bedeutet, während bei mir das Licht aus ist, ist es bei den anderen noch an und das ist sehr ungünstig. Wie können wir das lösen? Das ist sehr leicht und dafür hilft uns halt die Serverlogik. Erstmal gehen wir hier oben auf die Play Option, das ist hier oben links bei den drei Punkten nach unten. Hier gibt es einen Punkt namens Multiplayer Option und hier können wir jetzt die Anzahl der simulierten Spieler auswählen. Das bedeutet, wie viele Spieler sollen in unserem Server sein, wenn wir den starten. Bei mir steht das aktuell auf zwei. Heißt, ich klicke hier auf Play und ihr seht jetzt zwei Fenster. Das hier wäre Client 2 und links hätten wir Client 1. Das ist gut und das ist interessant. Ja, das heißt, zwei Instanzen werden sozusagen von meinem Spiel geöffnet. Aber das Problem ist jetzt letztendlich, dass wir den Net-Mode noch nicht eingestellt haben. Bei euch sollte hier normalerweise Play Standalone stehen. Das bedeutet, dass das Spiel zweimal im Standalone-Modus gestartet wird, dass ihr nicht in einem Server seid. Play as Listen Server bedeutet, dass ein Spieler, und zwar Client 0, der Server ist und der Spieler. Während Play as Client bedeutet, dass ihr als Client 0 und zum Beispiel Client 1 halt nur die Client seid, aber der Server im Hintergrund als der Beraterprozess ausgeführt wird. Was bedeutet das? Das ist eigentlich relativ leicht, also keine Sorge. Hier habe ich ein kriegeliges Beispiel. Wir haben auf der linken Seite den Listen Server und auf der rechten Seite einen Dedicated Server. Der Listen Server wird meistens in Spielen verwendet, wo ihr halt selber ein Spiel hosten könnt und halt als zum Beispiel Spieler 0 auch gleichzeitig der Server seid. Das ist meistens in Spielen der Fall, wo wir zwischen 1 und 6 Spielern haben, also zum Beispiel bei Koop-Spielen oder halt bei generell kleinen Spielen, wo es egal ist, dass zum Beispiel ein Nutzer den ganzen Kram hostet. Dedicated Server dagegen ist dafür ausgelegt, dass ihr wirklich, also als Beispiel Dedicated Server, dass ihr als Beispiel einen separaten Prozess habt oder zum Beispiel auch einen Server mietet oder sowas. Und das ist halt meistens, wenn ihr mehr als 6 Spieler habt, zum Beispiel 6 bis 64 Spielern. Kleines Beispiel, Listen Server, hier das ganze Beispiel, würde zum Beispiel bei Phasmophobia genutzt werden oder bei Left 4 Dead. Während auf der rechten Seite unter Dedicated Server Beispiel halt letztendlich ein Beispiel für Fortnite wäre oder auch oftmals für zum Beispiel die CSGO Matchmaking Server für Call of Duty und so, weil wir eben viele, viele Spiele haben. So, jetzt haben wir die Sache, wenn ihr einen Listen Server habt, also zum Beispiel wie ein Phasmophobia, ihr wollt gerade spielen und im Spiel erstellt ihr jetzt eine Lobby, einen Server, wie auch immer, dann seid ihr letztendlich in dem Fall, weil ihr der Hoster seid, Client 0. Und seid damit auch der Server. Das bedeutet, ihr habt direkten Zugriff sozusagen auf das, was der Server macht oder nicht macht. Ihr habt die Autorität, während zum Beispiel euer Freund, sagen wir mal, das ist jetzt der Client 1, zu euch reinjoint, nicht die Autorität hat, also nicht auf den Server zugreifen kann. Das heißt, ihr tauscht zwar so Informationen aus, das heißt, ich bewege mich jetzt nach rechts, das heißt, der Client 0 und der Client 1 merken, okay, er bewegt sich jetzt gerade nach rechts, aber ihr könntet niemals direkt Serveraktionen steuern. Das könnte aber zum Beispiel der Client 0, weil er der Server ist, er könnte das manipulieren. Das heißt also letztendlich betrachtet, Spieler 0 könnte theoretisch cheaten, aber Client 0 oder Client 1 im besten Fall nicht, weil er halt hier nicht durchkommt. Bei dem Dedicated Server sieht das anders aus. Der Dedicated Server hat keinen direkten Spieler. Stellt euch mal vor, ihr wollt einen GTA-RP-Server hosten oder einen Gary's Mods-Server. Ihr würdet einen Dedicated Server erstellen und dieser würde vermutlich über einen V-Server oder Root-Server laufen. Das heißt, auf diesem Server läuft jetzt euer, naja, Server. Wenn ihr jetzt aber euer Spiel startet auf eurem Computer, dann könnt ihr auf diesen Server joinen und seid damit Client 0. Ihr könnt aber nicht direkt jetzt das hier manipulieren, was auf dem Server läuft, weil das hier halt separiert ist und ihr halt ebenfalls als Spieler ebenfalls separiert seid. Das heißt, das, was hier Client 1 ist, seid ihr in dem Fall mit dem Dedicated Server als Client 0. Ich hoffe, das hat es ein bisschen verständlicher gemacht. Wenn ihr da Fragen habt, kann ich das aber auch gerne nochmal, ja, detailliert in einem Video darauf eingehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen jetzt dieses Licht an- und ausschalten. Dieses Licht ist bei mir ein ganz simples Blueprint. Um das nachzustellen oder generell im Prinzip nachzubauen, könnt ihr einen Rechtsklick machen und wir gehen hier auf Blueprint Klasse. Als nächstes öffnet ihr das Ganze und fügt hier oben links bei Components einfach nur ein stinknormales Spotlight hinzu. Das könnt ihr dann einfärben und gut ist. In meinem Fall ist es jetzt aber so, und das ist auch in eurem Fall so richtig, dass hier das nur ein lokales Objekt ist. Ja, also das heißt, jeder Client hat dieses Objekt und diese Lampe leuchtet eben. Wir könnten die natürlich manipulieren, dass die nicht leuchten soll, aber wir wollen das ja machen, dass jeder Client später sieht, dass zum Beispiel diese Lampe aus ist. Das heißt also, dieses ganze Objekt soll repliziert werden. Wir klicken hier oben auf die Überschrift auf BP Multiplayer Lamp, den Dateinamen drauf, und haben hier auf der rechten Seite einen Menüpunkt namens Replication. Da wir letztendlich dieses Objekt replizieren wollen auf alle anderen Clients, müssen wir bei Replicates hier ein Häkchen hinmachen. Ich kann euch nur raten, lest immer die Tooltipps durch, hier steht's. If true, this actor will replicate to remote machines. Also auf gut Deutsch, er repliziert das auf alle Clients. Jetzt ist die Sache die, das reicht uns jetzt aber noch nicht aus, denn wir könnten jetzt hier auf den Event Graph gehen. Ich füge hier ein Event Begin Play hinzu, und wir könnten jetzt auf Spotlight klicken, das hier rein oder einfügen, und könnten jetzt sagen Set Visibility. Das könnten wir jetzt natürlich auf Faults stellen, so wie es jetzt gerade ist. Das heißt, wenn ich das Spiel starte, würde das Licht deaktiviert werden. Das würde bei jedem Client funktionieren. Warum? Weil das hier generell bei jedem Client auch eingestellt ist. Aber was wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich habe ein Custom Event, das nenne ich zum Beispiel Turn of Light, und das soll jetzt innerhalb von, sagen wir mal, drei bis neun Sekunden ausgeführt werden. Das heißt, ich mache das jetzt hier mal kurz ein bisschen schöner, so und so, und wir fügen jetzt hier ein Random Float hinzu in Range of drei bis neun Sekunden. Das heißt, innerhalb von drei bis neun Sekunden soll das Licht ausgehen. Natürlich könnte ich das jetzt bei jedem Client rufen, aber das Problem, was jetzt hier raus entsteht, Compile und Speichern, können wir uns jetzt gerne mal anschauen. Das heißt, ich klicke hier drauf, wir suchen uns das jetzt hier mal raus, das Event, so, und wir sehen jetzt, dass gleich das Ganze, ihr seht schon, auf der linken Seite ist das Licht aus, auf der rechten Seite war es noch aus oder an und wurde dann später ausgestellt. Das Problem hier raus ist, dass jeder Client hier zwischen drei und neun Sekunden einen Wert ausfällt, und wie gesagt, Spieler 1 mag hier bei drei Sekunden liegen, aber Spieler 2 zum Beispiel bei sechs Sekunden, und das ist halt nicht synchron. Wir machen also folgendes, wir wollen, dass dieses Event, dass das Licht deaktiviert werden soll, nur auf dem Server ausgeführt wird. Wie machen wir das? Dafür gibt es eine ganz einfache Note, und die heißt Switch Authority, Switch Has Authority. Das bedeutet, diese Note sagt letztendlich, etwas passiert, und jetzt wird geprüft, habe ich Autorität oder habe ich keine Autorität? Autorität hat jeder, der Server ist, ja, also wenn du Server bist, hier, ich mache es nochmal schön in gelb, damit man es besser sieht, wenn du Server bist, hast du die Autorität. Bei Listening Servern hast du die Autorität, das heißt, hier könnte ein Client, oder generell der Client 0, das hier bestimmen. Bei einem Dedicated Server hast du nicht die Autorität, dort hat nur der Dedicated Server die Autorität. In dem Fall würde das hier keine Rolle spielen, weil wir das so oder so bei Event Begin Play letztendlich ausführen, dieses Event. Wir könnten aber natürlich auch als Client 5, als Beispiel, auf den Server zugreifen und hier entsprechend etwas machen. Das würde gehen. Das kommt aber dann in einem anderen Tutorial, denn dafür benötigen wir einen Spielercharakter, den ich in dem Projekt gerade nicht habe. Das bedeutet, das Event Begin Play wird ausgeführt bei allen Clients, und jetzt wird überprüft, bist du ein Client oder bist du der Server? Authority bedeutet, du bist der Server und Remote bedeutet, du bist ein stinknormaler Client ohne Rechte. Wenn du ein Client bist, soll gar nichts passieren. Wenn du aber der Server bist, dann soll das Licht deaktiviert werden. Hört sich cool an, aber was passiert jetzt eigentlich? Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Denn theoretisch sollte jetzt relativ wenig passieren. Wir warten einfach mal kurz ab. Drei Sekunden. Es sind schon länger als drei Sekunden. Wir warten noch ein bisschen länger ab. Kann ja sein, dass doch was passiert, aber kurze oder lange Rede kurzer Sinn, es wird nichts passieren. Warum? Wir spielen hier, wie wir es eben festgestellt haben, mit zwei Spielern als Client auf einem Server. Das bedeutet im Hintergrund, der Server, der läuft zwar, aber das Problem ist, dass der Server nur für sich das Licht deaktiviert, und da wir Client sind und bei uns nichts passiert, ist das halt sehr ungünstig. Aber wie können wir dieses Problem lösen? Und technisch gesehen gibt es hier zwei Methoden. Die erste Methode bedeutet Multicast und die zweite Methode bedeutet RepNotifier. Was bedeutet das? Erstmal können wir hier ein Event machen. Das bedeutet, wir erstellen ein weiteres Event und sagen jetzt Server-Turn-Off-Light. Dieses Event hier soll nachher hier ausgeführt werden und ist ein Server-Event. Das heißt, ich sage jetzt Server-Turn-Off-Light. Das heißt, mein Server führt zum Beispiel jetzt gerade dieses Event aus, Server-Turn-Off-Light. Wir sagen Run-On-Server, ist ja auch ein Server-Event, also Run-On-Server. Und dieses Event wird jetzt nur auf unserem Server, also dem Client oder halt demjenigen, der Autorität hat, ausgeführt. Das heißt, ich könnte jetzt sagen Turn-Off-Light. Das würde aber in unserer Situation überhaupt nichts ändern. Warum? Dieses Event würde jetzt auf dem Server ausgeführt werden und auch auf dem Server würde das Licht wieder ausgehen. Unsere Clients wären davon aber gar nicht betroffen. Das würde sich aber natürlich ändern, wenn ich auf Turn-Off-Light gehe und wir hier auf der rechten Seite bei Replicates, nicht Run-On-Server, was relativ selbsterklärend ist, ausgeführt wird, sondern wir sagen Multicast. Und hier sagt der Tool-Tipp auch schon, Multicast sagt letztendlich auch, dass auf jedem Client diese Variable ausgeführt wird. So, das bedeutet, wenn wir jetzt nochmal auf Compile klicken und auf Speichern, dann das heißt letztendlich zuerst nochmal, ich erkläre es nochmal, wir sind der Server und du fügst diese Aktion aus. Übrigens könnten wir das hier auch einfach canceln und direkt verbinden, weil ja hier diese Aktion, hier steht es Executes on Server, nur der Server ausführt. Das heißt, wenn ihr hier bei diesem Event Run-On-Server stehen habt, wird es nur logischerweise auf dem Server ausgeführt. Dieses Event, also Run-On-Server, geht jetzt zu einem anderen Event und zwar dem hier, wo jetzt steht Executes on All. Executes on All oder eher gesagt Multicast sorgt dafür, dass diese Aktion jetzt hier auf jedem ausgeführt wird. Bei dieser Logik wird letztendlich jetzt erstmal in unserem Level gar nichts passieren, weil eine Sache noch fehlt. Wir gehen hier auf unser Spotlight Actor oder eher gesagt unseren Spotlight Component, scrollen hier auf der rechten Seite runter und sagen hier unten bei Component Replication, Component Replicates True. Wenn das jetzt ausgewählt ist, dann wird letztendlich sozusagen hier ein Wert ausgesucht werden und dann wird das Licht deaktiviert. Um das aber zu verbessern, würde ich tatsächlich den Delay einfach zum Beispiel anders machen. Ich würde das hier erstmal zu dieser Funktion oder zu hier diesem Event geben und würde jetzt auf dem Server sagen, dass er sich eine Zahl zwischen 2 und 9 aussuchen soll und das dann auf jeden Client replizieren soll. Und das wird jetzt funktionieren. Passt mal auf. Das heißt, wir sehen hier unten jetzt das Licht. Achtet auf das Rote und jetzt bam, es wurde deaktiviert. Hier nochmal. Jetzt dauert es vielleicht ein bisschen länger. Zack und wieder wurde es deaktiviert. Das heißt, jetzt funktioniert alles. Jetzt gibt es aber noch eine wichtige Sache und zwar, nachdem wir jetzt hier Event Begin Play haben und auf dem Server dieses Event ausgeführt wird, Turn of Light, Random Zahl ausgesucht wird auf dem Server und der Server gibt jetzt an alle Clients eine dieser Random Zahlen weiter und sagt, deaktiviert das Licht. Jetzt haben wir aber ein riesiges Problem und zwar erstens, was passiert, wenn du gerade einen enorm krassen Lack hast? Das bedeutet, du hast eine enorme Netzwerkverzögerung oder du überspringst ein paar Ticks oder sowas. Das heißt also, dass dieses Event hier, also hier eher gesagt, dieses Event, dich niemals erreichen würde und bei dir das Licht immer noch an wäre. Um das zu verhindern, könnten wir jetzt hier auf Server Turn of Light gehen und hier auf der rechten Seite auf Reliable klicken, was halt sagen würde, genau wie hier bei Execute Multicast Reliable, würde halt letztendlich sagen, dass dieses Event zu 100% bei allen Clients und halt auch auf dem Server ausgeführt werden müsste und ausgeführt werden soll. Das heißt sogar, wenn du Lacks hast, dann würde dieses Event bei dir ausgeführt werden und wenn nicht direkt, dann würde das in eine Warteschlange übergehen und dir es dann irgendwann zugestellt werden. Egal, was für einen krassen Lack du hast. So, und das ist doch schon mal eine coole Sache. Jetzt haben wir aber ein riesiges Problem. Was passiert eigentlich, wenn jetzt Client 0 und Client 1 auf einem Server sind und das Licht aus ist, was am Anfang ja an ist und jetzt Client 2 kommt und 10 Minuten später auf euren Server joint. Das heißt, bei Client 2 wäre zum Beispiel das Licht immer noch an. Und das ist eben ein riesiges Problem. Wie können wir das Problem lösen? Die Lösung ist ganz einfach. Unten links habt ihr Variablen. Und wir sollten jetzt einfach hier eine neue Variable erstellen. Ich nenne die mal BeLightIsOn oder IsLightOn eher gesagt, IsLightOn. Und diese Variable hier, die soll letztendlich uns jetzt darüber informieren, ist dieser Akteur hier, ist unsere Lampe an oder ist unsere Lampe aus? Wenn unsere Lampe aus ist, und standardmäßig ist dieses Event hier auf True, weil unsere Lampe ist ja aktuell an, wenn unsere Lampe aus ist, dann setzt das hier auf False. Jetzt denkst du dir so, hä, ja und? Aber wie soll jetzt unser Client 2, der erst im Nachhinein kommt, denn jetzt hier das auf False bekommen? Das ist sehr, sehr leicht. Und zwar haben wir hier oben eine Replication. Natürlich könnten wir sagen, dass diese Variable replicated ist. Aber noch besser ist es zu sagen, dass das hier RepNotified ist. Das bedeutet, wir haben jetzt hier, wenn wir das auf RepNotify setzen, auch direkt eine neue Funktion hier hinzubekommen, OnRepB isLightOn. Das heißt also, wenn unsere Variable hier auf RepNotify gesetzt ist, dann wird jeder Client, der joint oder der halt schon auf dem Server ist, immer über den Status dieser Variable hier informiert. Heißt also, wenn hier jetzt das Ganze auf False gestellt wird, wird auf jedem Client, der aktuell auf dem Server ist oder auf den Server später joinen wird, diese Variable automatisch auf False gesetzt, weil diese RepNotify-Variable immer mit dem Server synchronisiert ist. Was machen wir jetzt also? Wir könnten jetzt zum Beispiel bei dem Spotlight ebenfalls sagen, dass das hier gar nicht repliziert sein muss. Warum? Weil das überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ich lösche jetzt hier nochmal alles und wir machen das jetzt anders. Und zwar Event Begin Play. Okay, das ist klar. Und jetzt haben wir hier natürlich den Server, also Switch has Authority. Und wenn du der Server bist, dann sollst du mit einem Delay von zum Beispiel 4 Sekunden dieses Licht hier wieder deaktivieren. Und ihr erinnert euch, ich habe jetzt gerade von dem Spotlight die Component Replication deaktiviert hier unten. Also Component Replicates False. Das bedeutet, wenn das Licht deaktiviert wird innerhalb von, sagen wir mal, 3 Sekunden, wird letztendlich auf den Clients nichts mehr passieren, weil hier nichts passiert. Aber was passiert jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben zum Beispiel einfach den Punkt, dass wir sagen, okay, der Server soll nach 3 Sekunden nicht das Licht deaktivieren, sondern der Server soll nach 3 Sekunden diese Variable auf False setzen. Wie gesagt, aktuell steht die standardmäßig auf True und wir setzen nur diese Variable auf False. Das würde also heißen, der Server oder generell das Spiel startet bei einem Clients, du bist der Server und nach 3 Sekunden sollst du diese Variable auf Light is on False, also auf gut Deutsch, das Licht ist aussetzen. Jetzt passiert logischerweise noch nichts, weil wir noch gar nichts gesetzt haben, außer dass auf jedem Client diese Variable automatisiert auf False gesetzt werden würde. Compile und speichern. So, jetzt haben wir hier auf der linken Seite diese coole Funktion. Das heißt, in dieser Funktion könnten wir jetzt Dinge ausführen, die passieren sollen, wenn das Licht an oder aus ist. Ich gehe nochmal zurück, ich markiere mir jetzt hier Spotlight und Set Visibility und füge das jetzt einfach hier ein. So, das bedeutet, wenn unser Licht an ist, get light is on und das ist standardmäßig an, dann ist unsere Lampe auch an. Wenn aber unsere Lampe aus ist, dann wird natürlich hier False, das False jetzt hier zu New Visibility weitergegeben und wäre damit auch aus. Und das würde jetzt schon funktionieren. Richtig cool, oder? Passt mal auf. Play. Ihr seht's jetzt hier unten. Boom. Aus. Habt ihr das gesehen? Wir haben kein Multicast Event verwendet und trotzdem sind alle Lichter ausgegangen. Ignoriert bitte den Editor hier im Hintergrund, weil das ist halt, äh, warte, hier nochmal ein Beispiel. Boom. Aus. Das ist halt jetzt nicht im Spiel. So, Leute, das ist ja schon mal eine richtig coole Sache. Jetzt möchtet ihr vielleicht denken so, hä, wie kann ich denn hier noch gewisse Dinge machen, wenn? Wir könnten ja auch eine Branch einfügen und einfach sagen, wenn du an bist, True, dann mach das und das und wenn du aus bist, dann mach das und das, ja. Um das hier mal als Beispiel zu zeigen, das Licht soll jetzt nicht mehr deaktiviert werden, sondern es soll die Farbe einfach ändern. Also, Play. Jetzt haben wir hier gerade einen kleinen, äh, Fehler. Ja, klar, weil ich vergessen hab, das hier mit dem Tage zu verbinden. Wir sagen jetzt also Play. Und wir sehen jetzt ein oranges Licht hier unten. Zack. Und jetzt ist es blau. Sehr geil, oder? Ja, ich hoffe, euch hat das weitergeholfen. So mach ich das auch mit der Logik, mit Schalter umheben, Licht an und aus, äh, und so weiter und so fort. Ja, das Tutorial war jetzt ein bisschen länger. Ich wollt's extra ein bisschen ausführlicher machen. Lasst mir gerne mal Feedback da. Wie hat euch das gefallen? Habt ihr das Ganze verstanden? Und wenn nein, ich werd noch ein Tutorial über jede einzelne Note machen davon. Also, nicht wundern. Das wird, äh, sehr verständlich irgendwann werden. Und wenn ihr jetzt sagt, ich hab das noch nicht ganz verstanden, sagt mir bitte, was ihr noch nicht ganz verstanden habt. Und ich werd nochmal ein detailliertes Tutorial über diesen Teil machen. So, Leute. Ich würd mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, immer sonntags um 20 Uhr auf dem Livestream. Schaltet gerne ein. Auch dort kann man über sowas reden. Und auch dort kann ich euch Fragen beantworten. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.